Moderator Ingo Nomsen hat ein Buch über das Nettsein und dessen Kehrseite geschrieben, biografische Elemente inklusive. Der Moderator und ehemalige volle Kanne Liebling ZDF, Ingo Nomsen, 50, hat eine Biografie mit Botschaft geschrieben, wie es sein Verlag nennt. Hilfe. Ich bin zu nett. Grenzen setzen, wenn andere ihre Freundlichkeit ausnutzen. Schritt für Schritt zur Selbstbehauptung, ist seit Montag, 20.09. Erristen, auf dem Markt und hält, was der Titel verspricht. Nomsen erzählt darin von seinem eigenen Weg zum ganz persönlichen Glück. Dass ihm dabei ausgerechnet das Nettsein im Weg stand, hört sich im ersten Moment komisch an. Schon nach wenigen Zeilen dieses extrem ehrlichen, inspirierenden und tatsächlich auch sehr spannenden Buchs, wird aber klar. Da ist was dran. Im Interview mit Spot on News erklärt der Moderator, Musiker, Autor und Podcaster unter anderem, Woran man erkennt, dass man zu nett ist und wie man lernen kann, Nein zu sagen. Hilfe. Ich bin zu nett ist ein ziemlich netter Titel für die volle Wucht an Ehrlichkeit, auf die man dann beim Lesen trifft. Durften Familie und Freunde vorab reinlesen? Ingo Nomsen? Meine Mutter hat es natürlich gelesen, ihr hat es gefallen. Das war mir wichtig. Ich hatte eine traumhafte Kindheit und wollte, dass das auch bei ihr ankommt. Gleichzeitig gibt es natürlich immer Themen, die uns aus der Kindheit heraus auch im Erwachsenenalter beschäftigen. Was ich so nicht erwartet hätte, seit ich zum ersten Mal das Buchcover auf Instagram gepostet habe, melden sich viele Menschen bei mir, die sagen so bin ich auch. Menschen, die wie ich erkennen, wer immer nur zu anderen nett sein will, bleibt am Ende selbst auf der Strecke. Wo haben Sie die Unterlagen für das Buch her? Schreiben Sie Tagebuch? Ich führe seit längerer Zeit ein Dankbarkeitstagebuch und habe natürlich auch viel mit Freunden und Familie über alte Geschichten gesprochen. Gefragt, wie war das eigentlich? Wie hast du die Situation erlebt? Auch im Schreibprozess hat sich unglaublich viel entwickelt. Alte Erinnerungen kamen hoch, alte Wunden wurden aufgerissen. Aber es hat sich gelohnt. Ich bin heute auf eine mir bisher nicht bekannte Art mit mir im Reinen. Ich bin heute aufgerissen. Ich bin heute aufgerissen. Ich bin heute aufgerissen. Ich bin heute aufgerissen.